Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute einen Blick hinter die Kulissen wagen, denn ich werde euch erzählen, was passiert eigentlich vor, während und nach einem Interview. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Ein Interview-Format in einem Podcast ist eine super coole Geschichte, denn es belebt natürlich das ganze Format selber. Also du kannst natürlich eine Zeit lang Soloshows machen, du kannst Q&As machen, du kannst dir sonst noch Sachen ausdenken, wie ich jetzt hier auch so ein 30-Tage-Challenge. Aber die Idee von einem Podcast ist unbedingt Abwechslung und Unterhaltungswert zu schaffen und das schaffst du natürlich besonders gut. Ich sage nicht nur, aber besonders gut mit einem Dialog, mit einem Interview. Und so ein Interview hat natürlich einige Aufwendungen an Zeit, die du erbringen musst. Das heißt, du willst natürlich recherchieren, du willst dir natürlich Mühe geben, du möchtest dich mit der Person auseinandersetzen. Das braucht natürlich Zeit. Da ist die Vorbereitung einer Soloshow weitaus weniger zeitintensiv. So zumindest meine Erfahrung. Und so ein Interview-Format möchtest du natürlich auch gestalten und interessant machen. Also das bedeutet, du möchtest natürlich von deinem Interview-Gast auch Dinge erfahren, die sonst so in den Mainstream-Medien nicht so der Fall waren oder nicht so thematisiert wurden. Vor einem Gespräch oder vor einem Interview ist es extrem wichtig, dass du den Gast kennenlernst. Also irgendwie wird er dir ja begegnen, entweder über eine Empfehlung, übers Fernsehen oder Radio oder irgendwelche anderen Medien. Und dann wirst du recherchieren und dann wirst du irgendwann Kontakt aufnehmen. Und diese Vorphase ist extrem wichtig, um dem Gegenüber zu signalisieren, hey, ich finde deine Arbeit einfach total wertvoll und ich würde dir gerne diesen Podcast, meinen Podcast zur Verfügung stellen, als Bühne, um dich als Persönlichkeit zu präsentieren, aber auch natürlich die Arbeit von dir zu zeigen, damit wir von dir lernen können. Und dieses Mindset ist extrem wichtig. Du machst das Interview oder die Interviews in deinem Podcast nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen. Und das ist vielleicht auch eine gewisse Herausforderung, weil du beabsichtigst, natürlich mit einem Podcast deine Brand in den Markt zu tragen, Sichtbarkeit herzustellen und natürlich auch eine Monetarisierung zu einem gewissen Punkt. Aber wenn der Interviewgast spürt, dass du etwas verkaufen möchtest, dann ist dieses Interview, also wenn du Glück hast, also darauf drücke ich auch feste die Daumen, ein super wertvolles Gespräch, aber danach passiert halt nichts mehr. Also das ist unser Ziel. Wir wollen, dass nach dem Interview eine Beziehung entsteht zu deinem Interviewgast. Das kann eine freundschaftliche Beziehung sein, das kann eine Geschäftsbeziehung sein, es können Projekte daraus entstehen, whatever, in welcher Form auch immer, es soll nach dem Interview weitergehen und keine Sackgasse sein. Das ist nicht immer garantiert, weil wir alle sind Menschen und wenn wir miteinander interagieren, dann matcht das vielleicht bei dem einen Menschen super gut und bei dem anderen vielleicht nicht ganz so oder ist vielleicht sogar eher so hakelig, dann sagt man dann auch von beiden Seiten, weil das spüren auch beide Seiten, dass es mit dem Interview sich auch erfüllt hat, dass es nach dem Interview einfach auch kein Weiter- und Fortkommen gibt. Das passiert natürlich auch. Aber wir können das Ganze beeinflussen, wir können es steuern, wir können es positiv lenken, sodass nach dem Interview mehr passieren kann. Und das ist natürlich unser Ziel. Vor dem Interview geht es also darum, der Person wertschätzend und achtsam zu begegnen, klar zu machen, dass man sich mit der Person beschäftigt hat, also kein Massen-Mailing, man wählt genau aus. Ich mache das zum Beispiel mit meiner Assistenz so, wir schauen einfach, wer passt im Markt zum Podcast, was sind spannende Persönlichkeiten und dann haben wir quasi eine Liste erstellt der recherchierten, ist das richtig, der recherchierten Person und dann setzen wir uns hin und überlegen, okay, wen laden wir jetzt in den Podcast ein. Und dann geht es in der nächsten Stufe in die Recherche, also ich beschäftige mich dann ganz intensiv mit den Persönlichkeiten und versuche ein bisschen mehr herauszukriegen als das, was man so allgemeingültig irgendwo im Netz findet. Es dauert natürlich eine ganze Weile, man muss sich da tief reinarbeiten und in den Beiträgen, Videos und was man sonst so alles findet, einfach auch genau hinhören, um Hinweise zu bekommen, wo man vielleicht noch recherchieren könnte, um vielleicht noch so ein paar Nebenarme über die Person zu erfahren. Das können zum Beispiel Vorlieben sein, das können Eigenarten sein, das können ein besonderes Engagement sein, was vielleicht jetzt nicht so in den Medien thematisiert wird. Und das ist ein tolles Signal für euren Interviewgast, dass er merkt oder sie merkt, hey, da hat sich jemand wirklich Zeit genommen und ein schönes Kompliment in einem Interview ist, hey, wo hast du nur das her? Das ist ja fast top secret. Und damit meine ich aber nicht Verfänglichkeiten. Ich finde es immer sehr wichtig, dass wir unsere Interviewgäste schützen. Also diese Persönlichkeit zu schützen, damit meine ich einfach, wir graben keine Leichen aus dem Keller aus, sondern wir wollen natürlich in voller Wertschätzung der Persönlichkeit und auch der Zeit, die dieser Mensch gerade in unseren Podcast investiert. Er müsste ja nicht kommen. Klar, es ist am Ende eine Win-Win-Situation, aber es ist einfach toll, wenn ihr euer Format mit solchen Persönlichkeiten beleben könnt. Und je prominenter, je mehr diese Persönlichkeit auch in der Öffentlichkeit steht, desto schwieriger ist es natürlich auch, Vertrauen aufzubauen. Und von vornherein zu signalisieren und zu sagen, hey, ich schätze dich sehr und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir diesen Talk zusammen machen. Und dir geht es nicht dabei darum, irgendwelche Sachen zu thematisieren, die irgendwie kompromittierend wären. So, das Vorgespräch oder beziehungsweise die Vorphase vor dem Interview ist also extrem wichtig und die Kontaktaufnahme, auch das, was du schreibst, es einfach sollte spürbar machen, dass du wirklich Lust hast. Also es gibt Mails, die mich zum Beispiel erreichen, das sind Standard-Mails. Da weiß ich ganz genau, da hat zwar sich einer vielleicht noch die Mühe gemacht, irgendwie eine Funktion zu programmieren, dass mein Vorname in der Begrüßung steht, aber der Rest ist dann halt einfach Bullshit. Also das ist einfach keine Einladung, das ist einfach eine Unverschämtheit, ein Massen-Mailing rauszuschicken und zu sagen, wir gucken mal, wer da am Ende übrig bleibt. Sondern es sollte schon so Handmade sein. Ja, vielleicht auch, wenn du merkst, dich verbindet etwas Emotionales mit diesen Menschen, dann ist das ja nochmal viel mehr wert und du formulierst auch deine E-Mail oder deine Nachricht, deine Kontaktaufnahme über Facebook, über LinkedIn, dann so, dass es auch für dein Gegenüber passt. Und das nenne ich so die Love-Letter-Phase. Also du bringst diese Wertschätzung zum Ausdruck, du bringst zum Ausdruck, dass du dich sehr darüber freuen würdest, wenn dieses Interview klappen könnte. Und du bietest natürlich auch komfortabel, das ist jetzt wichtig, komfortabel an, dass dein Interviewgast überhaupt keinen Aufwand hat. Also in der Einladung muss unbedingt drinstehen, hey, du brauchst jetzt dich nicht ins Auto setzen und ich komme auch nicht zu dir, sondern wir nehmen das zum Beispiel über Zoom auf. Oder du brauchst dich jetzt nicht mit Technologie beschäftigen und verstehen, wie Zoom funktioniert, sondern du rufst einfach die Telefonnummer an, die dort angegeben ist. Das ist übrigens ein interessanter Hack. Es ist bei Interviews immer so, wenn du jemanden verpflichtest oder sagst, hey, wir treffen uns in Zoom, musst die nur an deinem Computer setzen und dann musst du da so ein Programm installieren und so weiter und so fort, das sind alles viele Barrieren und die Leute sprechen dann irgendwie in einen Raum, der sehr hallt in ihren Rechner rein und das ist die denkbar schlechteste Kombination. Die wenigsten, die haben irgendwie ein hochprofessionelles Mikrofon am Start, sondern die meisten, die haben halt einfach, wenn sie gut sind, ein Headset. Die Bluetooth-Headsets sind immer eine Katastrophe oder die sprechen halt einfach frei im Raum in ihren Rechner rein. Und die Kapsel, die Mikrofonkapsel von dem Rechner ist natürlich einfach nicht zu gebrauchen. Also ist jetzt keine schöne Qualität. Es geht, aber ist jetzt keine schöne Qualität. Deswegen ist mein Tipp immer, mach es einfach per Telefon. Ist super einfach für dein Gegenüber und die Sprachaufnahme ist sehr, sehr gut, weil in der Regel, muss man sagen, hier ist es nicht immer so, aber in der Regel, wenn das vor allem über Handy funktioniert, dann ist so ein Mikrofon näher am Mund des Interviewgastes natürlich viel besser, als wenn er in seine Turnhalle reinspricht. Also das ist nur so ein kleiner Tipp nebenher. Also macht es eurem Interviewgast so einfach wie möglich, indem er einfach auch sagt, hey, du brauchst nichts weiter zu tun als. Also den Termin vereinbaren, ist natürlich klar. Gast sucht sich den Termin aus und dann passiert alles automatisch. Die Terminbestätigung, die Erinnerung, nochmal den Hinweis, wie bereite ich mich am besten vor, gute Laune und dein Handy, mehr brauchst du nicht. Hier ist die Telefonnummer. Und dann gibt es vielleicht noch den Fragenkatalog. Viele Gäste fragen immer wieder, hey, was kommt denn dann dran und so weiter. Natürlich sind sie auch aufgeregt, selbst wenn es so Hardliner sind, die ständig auf irgendwelchen Bühnen unterwegs sind, ist das für sie trotzdem eine gewisse Anspannung. Die wollen vorbereitet sein, deswegen schicke ich einfach so einen Standard-Fragenkatalog, an den ich mich einfach nie halte, raus, damit sie beruhigter sind. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Noch eine Ergänzung. Ich hatte es in den letzten Tagen, glaube ich, in einer Folge schon erwähnt. Baut euch ein Formular, wo ihr sagt, danke für die Terminbestätigung. Als Vorbereitung auf den Podcast würde ich dich noch bitten, folgende Fragen zu beantworten. Und euer Interviewgast nimmt sich hoffentlich dann die Zeit, das auszufüllen. Und dann sind da so Sachen drin, fünf Sätze zu deiner Vita, fünf Sätze mit dem, was du an wichtigen Learnings in deinem Leben mitgenommen hast, was sind deine Buchempfehlungen, am besten mit Amazon-Link und so weiter und so fort. Du hast also ein Formular, wo dein Gast im Grunde seine Shownotes am Ende selber schreibt. So, das Formular geht auch bei dir ein. Alles voll automatisiert. Du kriegst sogar die Vorbereitung zu deinem Interview frei Haus geliefert. Über dieses Formular. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist dein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und dann ist der Tag des Interviews und der Tag dieses Interviews heißt, der Interviewgast kommt dann, nehmen wir mal an, per Telefon in deinen Podcast-Folge rein und das, was am Anfang super wichtig ist, ist, ich mache es dann immer, ich versuche es mal lustig zu machen oder ich versuche irgendwas, was die Stimmung sofort auflockert. Ich duze ja meine ganzen Interviewgäste, bis auf wenige Ausnahmen in den über 750 Folgen, die wir jetzt haben. Und dieses Du schafft sofort eine Lockerheit. Und ich tue so, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, ich tue so, als würde ich den Interviewgast gerade gestern erst verabschiedet haben. Ich habe gestern erst mit ihm telefoniert, stimmt natürlich nicht, das ist mein Erstkontakt, sondern aber ich tue so und sage, hey Tom, wie geht es dir? Hey, cool, dass das hier klappt. Klasse, dass du dir Zeit nimmst. Also auf die Art und Weise. Und dann ist schon mal die erste Tür offen. Es ist nicht so steif und erheilt. Ich finde es total schön, dass du dir Zeit genommen hast. Also weißt du, was ich meine? Also so eine Zurückhaltung kann ich gerade nicht gebrauchen, wenn ich da auf der anderen Seite jemanden motivieren will, diesen Podcast geil zu machen. Und je besser ihr am Anfang seid, umso besser ist euer Gast. Die Qualität eures Interviews hängt von euch ab. Von euch als Moderatorin, Moderator. Das ist euer Ding. Na klar kann der Interviewgast auch mal doof drauf sein, aber dann ist es euer Job, die Stimmung zu heben. Und es gibt Tage, die habe ich auch, an denen bin ich einfach nicht gut drauf und darf dann trotzdem ein Interview machen. Und das muss ich dann einfach irgendwie ausgleichen. Manchmal mache ich das sogar so, also wenn es echt so Tage sind, draußen Regen und irgendwie geht gerade alles schief, kennt ihr ja auch, dann gehe ich einfach auf YouTube und gucke mir irgendwelche lustigen Filme an. Und dann lache ich wahrscheinlich keine einzige Sekunde, aber irgendwie tut das was, dass ich im Interview dann auf jeden Fall viel gelockerter bin und viel empfänglicher bin für die Signale meines Gegenübers. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Punkt, wenn ihr wisst, dass ihr einen reinen Podcast macht und das Video, was zum Beispiel über Zoom aufgezeichnet werden kann, nicht verwendet, macht, lasst das Video weg. Deswegen auch, wenn der Gast telefoniert, habt ihr sowieso kein Video. Und dann trainiert ihr quasi euer Gehör auf die Feinheiten. Ich weiß zum Beispiel, wenn mein Interviewgast häufig schluckt, ist das eine gewisse Unsicherheit. Wenn mein Interviewgast zum Beispiel nach meiner Frage länger ausatmet, dann ist das zum Beispiel eine, okay, wie viele Fragen kommen da noch? Oder wenn das mehrmals ineinander passiert, weiß ich zum Beispiel auch, oh, jetzt stellt sich so eine gewisse Langeweile ein. Und dann wechsle ich sofort die Strategie. Deswegen würde ich euch empfehlen, am Anfang legt euch ein Skript zurecht und macht meinetwegen Standardfragen und nimmt die ersten 50 Folgen immer wieder dieselben Fragen. Vielleicht anders formuliert, vielleicht wechselt er ein bisschen in der Reihenfolge, damit es für die Hörer jetzt nicht so langweilig ist. Es gibt Formate, auch von Podcastern, die ich wahnsinnig schätze, die wirklich so ein standardisiertes Skript haben, wo ich eigentlich die Fragen selber stellen kann, weil ich genau weiß, was die nächste Frage ist. Das liegt aber dann irgendwie am Gesamtkonzept, ist es schon wieder gut. Ich glaube nur, dass es nicht so replizierbar ist, also dass man es nochmal genauso machen könnte, sondern es wird dann halt schnell langweilig. Und das müsst ihr unter allen Umständen vermeiden, dass es langweilig wird. Versucht irgendwann abzudriften und versucht euch vorzustellen, ihr sitzt mit eurem Interviewgast in einem Café, da steht halt zufällig ein Mikrofon mit Aufnahmetaste an und dann nehmt ihr das Ganze auf. Und das macht dann besonders viel Spaß, wenn ihr es schafft, euch nicht gehen zu lassen. Also schon die Anspannung würde ich schon irgendwie so ein bisschen beibehalten. Aber wenn ihr anfangt, diese Welle zu surfen, ohne Angst haben zu müssen, das wird eine ganze Weile dauern. Es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel, hey, ich bin nicht ganz so zufrieden mit meiner Stimme. Und so lauter Sachen, die auch immer irgendwie Glaubenssätze in unserem Kopf sind. Und wenn das aber rum ist, dann ist es eine Wohltat, weil ihr euch total freut auf den Gast, der gleich kommt und welche Geschichte dieser Gast mitbringt. Und diese kindliche Freude, diese Vorfreude, diese Neugierde, diese Neugierde, dann werdet ihr immer Spaß haben mit diesen Interviews. Und das Schöne, jeder, der euch zuhört, wird genau diesen Spaß auch empfinden können. So, also unser Interviewgast ist erst mal so aufgelockert am Anfang. Ja, ein bisschen Spaß, ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Nähe. Ihr hört genau hin, was ist da gerade los in meinem Kopfhörer. Also nehmt wirklich einen guten Kopfhörer, dass ihr das gut raushören könnt und euch von Anfang an auch auf diese Feinheiten trainiert. Und dann lasst euch nicht verunsichern, wenn euer Gegenüber vielleicht eher so mit kurzen, knackigen Hauptsätzen antwortet und so ein bisschen mit den Hufenschatten sagt, man kann mal den Soß legen. Wollen wir jetzt noch länger hier über das Wetter reden? Lasst euch davon nicht abbringen, sondern ihr startet dann einfach so ganz smooth rein. Und ihr werdet feststellen, am Ende des Interviews sind die Leute total gelöst. Wie gesagt, völlig egal, ob Hardliner, auf der Bühne Speaker, Radiomoderator, TV-Sprecher oder sonst irgendwas, die sind alle in einer Anspannung. Die wissen nämlich nicht, was kommt. Und ihr seid natürlich auch aufgeregt. Ihr seid auch angespannt. Oh, was passiert da? Mein erstes Interview. Wahnsinn, verstehe ich. Ging mir genauso. Liebe Grüße an dieser Stelle an Anne Schüller. Mein erster Interviewgast hier im Markenrebell-Podcast. Mega cool. Und wählt euch auch das erste Interview, wenn ihr am Starten seid, das erste Interview, wählt euch das ganz bewusst aus, mit wem ihr das machen wollt. Es ist euer erstes Mal. Und das ist wichtig, mit wem ihr das habt. Ihr werdet immer daran zurückdenken. Ihr werdet diese Person es quasi, wenn ihr es so wollt, ihr kennt so eine Dominostraße, so eine Dominoreihe und der erste Stein, der fällt. Das ist der wichtige Stein für euren Podcast. das ist der Stein, an den ihr euch immer erinnern werdet. Zwischendrin werden die Steine irgendwie so ein bisschen blasser und sagen, oh, war der schon mal bei mir? Im Interview habe ich mit ihr nicht auch schon mal eine Folge gemacht? Das wird alles, das wird sich so ein bisschen verlieren, weil es dann sehr viel wird irgendwann. Aber der erste Stein, der erste Stein ist der wichtige Stein und dem schenkt ihr alles, eure ganze Aufmerksamkeit. Ihr bereitet euch eine Woche auf dieses Interview vor. Also gebt dem wirklich diese Energie von euch, damit alles, was danach kommt, alles, was dieser Stein danach umstößt, in diese Richtung, in diese Qualität, in diese Energie gehen kann. Nur so ein kleiner Tipp von mir. So, unser Interviewgast ist also jetzt mitten im Gespräch mit uns und ihr seid natürlich fleißig am Mitschreiben. Hört ganz genau hin, welche Antworten euch gegeben werden und baut Reaktionen auf diese Antworten mit ein. Deswegen überlegt euch nicht zu viele Fragen, ich habe zwar auch so einen Fragenkatalog, den ich automatisiert mitschicke, aber ich habe ja gesagt, mich interessieren die Fragen überhaupt nichts. Ich wollte einfach die Nachfrage nach Fragen, nee, die Nachfrage nach den Fragen, die wollte ich einfach canceln. Also ich wollte einfach keine E-Mails mehr beantworten. Nee, kannst du mir mal die Fragen schicken? Nee, die sind automatisch mit dabei. So, das heißt, wenn ihr euch 25 oder mehr Fragen überlegt, um einfach selber so eine vermeintliche Sicherheit zu haben, dann werdet ihr irgendwie, zumindest euer Unterbewusstsein, immer wieder versuchen, diese Fragen zu beantworten oder beantworten zu lassen. Aus meiner Sicht blockiert das. Sucht euch drei, fünf geile Fragen aus. Große Fragen. Also nicht nur, wie ist das Wetter bei dir oder so, wirklich große Fragen. Was war dein absolutes Highlight, dein Game Changer im Leben und was hast du davon mitgenommen? Wie hat sich dein Leben danach verändert? Es ist eine große Frage. Und solche Fragen, drei bis fünf davon. Und dann baut um diese Fragen eure Zusatzfragen aus den Antworten, aus den Erzählungen eures Gastes auf. Und dann habt ihr einen tollen Dialog. Dann habt ihr einen Dialog, den du vorher gar nicht mit einem Drehbuch so konstruieren hättest können. Die Spannung entsteht von ganz alleine. Und eure Zuhörer werden dann sagen, hey cool, dass er diese Frage gestellt hat. Mega cool. Das hätte ich auch gefragt. Und dann seid auch mutig. Also wenn einer sagt, ja ich habe das dann sehr erfolgreich gestaltet, setzt nach und sagt, was verstehst du unter erfolgreich gestaltet? Erzähl mal, wie war das konkret? Dann versucht den Deep Dive an der einen oder anderen Stelle, aber nicht verlieren in diesen Tauchgängen. Das ist wichtig. nicht verlieren, indem ihr immer weiter bohrt und bohrt und bohrt und bohrt und geht eigentlich von eurer eigentlichen Idee, also von eurem Personenporträt zum Beispiel weg oder von eurem Thema weg, sondern verliert euch einfach in diesen Details. Und so eine Stunde oder auch eine halbe Stunde ist wahnsinnig schnell weg. Wahnsinnig schnell weg. Meine Interviews baue ich immer so auf, dass ich sage, der erste Teil des Interviews, es gibt so eine Dreiteilung, als erste Drittel ist so das Porträt um die Person selber, die Person stellt sich vor, wir gehen dann in die Vita, die Historie zurück, an bestimmte Stellen im Leben, die spannend und lehrreich waren. Und der zweite, oder das zweite Drittel des Interviews, da geht es dann wirklich darum, mein Interviewgast hat ja gewisse Kompetenzen und die möchte ich zeigen. Da möchte ich nachfragen, da möchte ich die Golden Nuggets schürfen und für euch, die ihr jetzt zuhört, natürlich alles rausholen, was ihr aus dieser Person rauskitzeln kann. Und im dritten Drittel, das ist meine Personal Insights Runde, in der ich einfach wirklich standardisierte Fragen mit schnellen Antworten haben möchte. Da möchte ich einfach nochmal dem Interviewgast die Chance geben, ein bisschen mehr über sich privat, zu erzählen, sich zu zeigen und die Fragen sind deshalb am Ende, weil dann sich diese Gelöstheit einstellt. Ich sage das auch immer, hey, jetzt beginnt hier unsere Personal Insights Runde, das heißt, der Interviewgast weiß, okay, das Ding ist jetzt gleich rum. Und dann gibt der nochmal extra Gas, weil er motiviert ist und gesagt hat, hey, ist ja super gelaufen bis jetzt. Das hat ja überhaupt nicht wehgetan. Okay, jetzt kriegt er nochmal alles. Und dann machen die Leute in der Regel nochmal auf. Das werdet ihr feststellen, wenn ihr den Podcast mit den Interviews bei uns hört, am Anfang noch eher verschlossen, trotz persönlicher Fragen und am Ende bei den Personal Insights, dann erfährst du auf einmal etwas, wo du dann sagst, ah, verdammt, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Ja, warum erfahre ich das jetzt erst? Aber das ist euer Cliffhanger. Also wenn ihr so eine Situation habt, dass ihr eine Frage gestellt habt, eine richtig coole Antwort bekommt, die es verdient hätte, noch eine eigene Folge zu bekommen, dann kannst du sagen, hey, pass auf, zu dem Thema ABC, lass uns da in zwei Wochen noch ein Interview machen. Kann ich dich darauf committen, jetzt hier in dieser Show? Und dein Interviewgast sagt, ja, okay. Er hat keine Chance. Ja, also, natürlich alles nett gemeint. Aber dann habt ihr einen schönen Cliffhanger von wegen, hey, wow, ich mache jetzt meine Leute neugierig. Es gibt eine Fortsetzung von diesem Interview zu diesem Thema. Und so, man muss natürlich eine gewisse Zeit diese Interviews geführt haben, um das, was ich euch jetzt alles sage, so ein bisschen im Kopf zu haben oder so intuitiv dann so einzuhacken und sagen, wow, da habe ich was erkannt, da muss ich kurz rein. Okay, das war das dritte Drittel. So, dann haben wir den grundsätzlichen Aufbau des Podcasts und am Ende lasse ich meinem Interviewgast noch das Schlusswort mit einer zentralen und mir wichtigen Frage, nämlich was ist das eine, was du auf dieser Welt verändern möchtest, wenn du denn könntest. Und dann beende ich das Interview und dann beende ich auch die Aufnahme des Interviews. und nach dem Interview ist erst mal, und das hörst du sofort in der Stimme, also ich höre das in der Stimme, ja, dieses, oh, wow, das, jetzt kommt der Interviewgast runter, jetzt fällt dieses, diese ganze Last ab, ja, es war, ist ja auch anstrengend, eine Stunde interviewt zu werden, in der Regel sind das so 50, 60 Minuten, das ist schon auch ein Hochleistungssport, um dann auch für beide Seiten, um dann auch so schnell switchen zu können. Genau, und nach dem Gespräch, nach dem Interview ist es in der Regel so, dass ich so ein, so eine Nachbesprechung war und frage, wie war das Interview für dich, hast du dich wohlgefühlt? Das ist mir immer ganz wichtig, ja, dass sich die Leute bei mir wohlfühlen. Es ist wie, als würde ich sie in mein Haus einladen oder irgendwie sagen, ich koche was für dich, hat es dir geschmeckt? Ja, also das ist immer ganz wichtig. Ich wäre auch bereit, wenn ein Interviewgast sagt, du pass mal auf, das war eine Katastrophe, du hast echt schlechte Fragen gestellt, ist mir jetzt so noch nicht passiert, aber ich wäre bereit, die Folge wegzuschmeißen und das alles nochmal zu machen. Wenn euch sowas passieren sollte oder aber, es kann ja auch sein, ist mir auch schon passiert, ich habe ein Podcast-Equipment früher gehabt, da habe ich vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Stell dir vor, du bist eine Stunde lang voll unter Spannung, dein Gast auch, und du stellst fest, verdammte Axt, das Ding hat nicht aufgenommen. Dann mein Tipp, lasst Zeit vergehen. Keine gute Idee, das am selben Tag nochmal zu machen, weil ihr ganz andere Emotionen haben werdet und du wirst im Verlauf des Gesprächs an einem Punkt kommen oder mehrmals an den Punkt kommen, wo du nicht weißt, verdammt, habe ich das jetzt schon gefragt? War das in der ersten Aufnahme, die gar nicht aufgenommen hat oder ist das jetzt erst in der zweiten? Habe ich das jetzt gefragt schon? Ah, verdammt. Versucht euch zu resetten und sagt, hey, tut mir echt total leid, lass uns das bitte in drei bis vier Wochen nochmal machen. Ich weiß, das ist eine lange Zeit, aber du wirst auch deinen Gast in einer ganz anderen Stimmung wieder vorfinden, wenn er das in drei bis vier Wochen nochmal machen darf. Weil dein Gast realisiert und sagt, hey cool, das war jetzt für mich eher so ein Training, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt, jetzt kann ich voll performen beim nächsten Mal. Am Anfang, jetzt hat er natürlich auch Frust, weil es nicht aufgenommen hat, aber mit der Zeit, mit den darauffolgenden Tagen wird er sich sagen, hey cool, wir wiederholen das einfach nochmal. Am selben Tag das nochmal, diese ganze Anstrengung nochmal zu machen, ist einfach aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Das würde ich nicht machen. Also mein Interviewgast so zu stressen, mich selber so zu stressen und die Emotion, die bei so einem Erstgespräch entsteht, die ist verloren, wenn ich das sofort danach nochmal mache. Deswegen nach drei bis vier Wochen erinnert man sich gar nicht, was habe ich denn damals gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich für eine Frage gestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Egal, hey, lass uns nochmal neu anfangen. Also das ist mein Tipp, wenn euch das passieren sollte. Und nach dem Interview habt ihr hoffentlich im Interview nach den Referenzen gefragt, hey, wen würdest du dir noch hier für den Podcast wünschen? Kannst du mir drei Leute empfehlen? Und dann könnt ihr nach dem Interview über diese drei Leute sprechen, nochmal um Hilfe bitten, dass dieser Kontakt auch hergestellt wird oder euch einfach auch auf den nächsten Termin, auf ein persönliches Kennenlernen und so weiter verabreden. Ihr werdet diese Person, die euch noch vor einer Stunde fremd war, ganz anders wiederfinden und werdet mit dieser Person ganz anders connecten können, ganz anders in den Austausch gehen können, als hättet ihr, anführungszeichen, eine Kalterquise irgendwo gemacht und hättet die Leute gefragt, hey, hast du nicht Bock, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Ich glaube, das würde ganz gut passen. Ganz vergessen, da sagen die Leute, ich habe keine Zeit mit dir, Kaffee, das kenne ich überhaupt nicht. Also nach dieser Stunde kennt ihr euch und nach dieser Stunde ist es für beide Seiten durchaus vorstellbar, wie gesagt, wenn es persönlich matcht, dass man gemeinsam weitermacht. An dieser Stelle möchte ich diese Podcast-Folge hier beenden, aber ich möchte eine Fortsetzung machen. Ich möchte euch nämlich erzählen, was passiert, wenn nach dem Interview beide Seiten haben gematcht, also beide Seiten finden sich gegenseitig gut und jetzt kommt der nächste Step zum Tragen, man kommt ins Gespräch, man kommt in ein persönliches Gespräch, man kommt in ein geschäftliches Gespräch, alles was dann passiert und was man daraus alles machen kann, das erzähle ich euch, wenn es euch interessiert, ha, jetzt habe ich, jetzt kriege ich euch, wenn es euch interessiert, schreibt ihr mir, sonst mache ich die Folge nämlich nicht, in die Kommentare unter der Podcast-Folge von heute. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir, ja, ihr schreibt es einfach irgendwo rein, da wo es passt, auf der Website, markenrebell.de, gerne irgendwo die Kommentare hinterlassen und mir ein Signal geben, ob ihr diese Podcast-Folge gerne hören wolltet, die Fortsetzung, was passiert nach dem Interview mit den Interviewgästen. So, für heute bin ich raus, ich hoffe, es war eine wertvolle Podcast-Folge für euch, bleibt rebellisch und bis bald. Ciao. Dette. 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 Untertitelung des ZDF, 2020